Jetzt, bayerisches Fernsehen, schaue ich Mediatheker. Jetzt kommt noch einer. Den kennt keiner. Erzblatt. Kennt ihr es denn? Ich muss euch sagen, wenn man zu den ersten Gehversuchen, jetzt bin ich ja schon ein bisschen eingewöhnt als Moderator, und da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die es gut mit einem machen. Wer kennt denn? Der war vor sechs Wochen sind wir. Das war in Altötting, war im Konzerttoller. Wer kennt denn den? Er mit ihr geht da. F Von 1993. Ja, jetzt habt ihr es gehört. Das habe ich auch immer gesehen, gell? Also wenn man in Orkassel schaut, schau es an. Ja, die schau ich mal. Das war nicht so schön. Das schau ich weiter hin. Servus. Das ist schon zwei Wochen vorbei. Und der heilige Aloisius, der schaut alles jetzt schon, gell? Okay. Von Herzblatt. Okay. Mein Stern leuchtet am Himmel. Ewig noch, 30 Jahre noch, gell? Servus. Gute Nacht. Mit dem war ich für den Skifahren, bei einem Ski-Opening. Ein Kielsteinhorn. Habt ihr eh das Foto gesehen, gell? Die würde mir das Weißbier zum drüber haben, gell? Tillmann, wie im richtigen Leben. Tillmann, schön war. Jawohl. Servus. Der war ein herzliches Gute nach. Ah, schaut jetzt auf. Das ist mir. Mit 40 Jahren ins Ringsengrenz. Ins Radl beim Zeitung von zwei Jahren Zeitung schaust. Servus. Jetzt freu mich schon. Der Tillmann, ich schick's euch das Foto, wenn jemand das möchte. Er ist Weißbier und ich trink. Servus. Da freut man sich natürlich.